Hallo Clemens, schön, dass du da bist. Wir sind ja hier in unserem heute Megatrend-Video. Trendforschung, Transformationen ist ja momentan sehr weit verbreitet. Wir wollen mal reinschauen in den Begriff Megatrends. Welche Relevanz haben Megatrends, deiner Meinung nach, für die internationale Transformation? Also warum müssen wir uns generell mit dem Thema Megatrends beschäftigen? Megatrends haben natürlich eine ganz, ganz langfristige Wirkung. Wir können uns nicht vor Megatrends irgendwie flüchten in irgendeiner Form, dass wir uns denen entziehen können. Sie sind langfristig, dauerhaft und durchdringen ganz, ganz viele, wenn nicht alle Bereiche unserer Gesellschaft. Und von daher haben sie auch eine ganz, ganz große Bedeutung für die Unternehmen, für Einzelpersonen wie dich und mich am Ende des Tages. Und von daher ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, sich da zu positionieren, um halt auch langfristig erfolgreich im Sinne eines Unternehmens handeln zu können. Du hast jetzt gerade schon im Bereich der Lebensbereiche angesprochen. Megatrends beeinflussen ja nahezu alle Lebensbereiche. Wenn wir mal drei für die Gesellschaft wirksame, mit hohem Impact-Faktor Trends rausnehmen, welche drei wären das aus deiner Sicht? Aus meiner Sicht derzeit ganz wichtige Trends sind auf der einen Seite die Konnektivität, die Globalisierung und die Individualisierung. Nehmen wir vielleicht die Konnektivität mal als Beispiel heraus, dann haben wir da natürlich einen gesellschaftlichen Trend, den wir alle wahrnehmen. Ja, das sehen wir bei unseren Kindern, das merken wir auch an unserem Verhalten, wie wir mit Medien umgehen, Social-Media-Entwicklungen. Aber ganz wichtig, das auch zu betonen, jeder Trend hat auch einen Gegentrend. Ja, wir sehen es ja auch gerade im Bereich der Konnektivität, dass viele auch sagen, das möchte ich gar nicht mehr in diesem Maße. Ich will nicht alles teilen, ich ziehe mich vielleicht auch zurück aus bestimmten Medien, um mich abzuschotten oder zumindest für eine gewisse Zeit. Und deswegen ist ganz wichtig auch zu verstehen, dass Megatrends halt keinen linearen Verlauf haben, ja, sondern sie verlaufen in Schleifen, sie haben auch immer mal wieder Rückschritte und das hat auch eine ganz, ganz große Bedeutung, weil in vielen Diskussionen merkt man, viele denken das linear und sagen, in fünf Jahren sind wir da, in zehn Jahren sind wir da und das ist eine absolute Illusion. Ja, wenn wir mal in die Wirtschaft schauen oder die Wirtschaft mal betrachten, Megatrends haben Auswirkungen, du hast gerade schon zwei, drei Themen genannt, Individualisierung zum Beispiel, auf die Wirtschaft, auf die Führung, auf die Mitarbeiter. Wenn du da nochmal ein, zwei Sachen oder Sätze zu sagen könntest, warum für Führung, warum für Mitarbeiter, warum haben Megatrends eine Relevanz? Ja, wir sehen, wie ich finde, speziell in Deutschland eine gewisse Angstkultur. Die Dinge verändern sich und dann entsteht Angst und Verunsicherung und ich glaube, uns braucht da gar nicht bang sein, weil, wenn Führung auf der einen Seite, aber auch die Bereitschaft der Mitarbeiter auf der anderen dazu führen, dass eine Flexibilität entsteht und eine Veränderungsbereitschaft, dann sind wir auf einem guten Wege und dann können wir mit jedem Megatrend gut arbeiten am Ende des Tages, weil das, was sicher ist, ist, dass sich alles verändert. Der Wandel ist stetig, ja, in Gesellschaft wie im Privatleben. Wir beide verändern uns, Unternehmen verändern sich, Märkte verändern sich und nur die, die stehen bleiben, die werden natürlich große Probleme bekommen und da ist es in der Wirtschaft wie in der Natur. Die werden am Ende des Tages auch aussortiert. Ja, da glaube ich auch, wenn wir die Angst nochmal nehmen, komplett deutsches Phänomen vielleicht nochmal. Wir haben ja einen Case, ja, und die Bankenbranche ist ja auch teilweise, zumindest in der Presse, sehr häufig als Volatil bezeichnet worden, als in der Transformation bezeichnet worden. Unser Case ist ja der Überfall, ja. Wir haben die Tresorbank und wie würdest du, auf welche Megatrends würdest du sagen, haben auf die Tresorbank einen Einfluss in der Zukunft? Ja. Der erste Punkt, sprach man schon an, Konnektivität, dann sicherlich die Individualisierung und New Work. Die haben im Wesentlichen erstmal einen ganz, ganz großen Impact auf diesen Fall. Die Bankenbranche, du hast es gerade angesprochen, leidet an ganz, ganz vielen Stellen. Auf der einen Seite haben wir Niedrigzinsniveau, wir haben eine sehr, sehr starke Regulierung, gerade auch durch die Finanzkrise 2007, 2008 hat sich da sehr, sehr viel verändert und wir haben Fintech-Unternehmen. Diese Fintech-Unternehmen gehen genau an diesem Punkt heran, Konnektivität, Individualisierung und machen natürlich traditionellen Banken ganz, ganz viel Druck in einem Kerngeschäft und da ist es für eine Bank sehr schwierig, sich da anzupassen und auf dieses Niveau zu kommen, weil es kostet viel Geld. Die Experten findet man auf dem Arbeitsmarkt auch nicht mal eben so schnell und von daher ist das eine große Herausforderung, der sich alle Banken stellen müssen. Ja, gerade der Kunde, Individualisierung, Führung, Individualisierung, Mitarbeiter, da sieht man, glaube ich, ganz gut, da ein Megatrend wirklich alle Bereiche auch durchforstet. Absolut. Ganz lieben Dank fürs Gespräch. Sehr gerne. Demnächst machen wir es wieder. Gerne, gerne.